Ich würde gerne eure Göttin ehren. Oh, das ist wirklich lieb von euch. Ich glaube, sie wüsste einen Beitrag zur Vergrößerung ihres Schreins sehr zu schätzen. Okay, 1000 Denari spenden. Hier eine kleine Spende, um den Schrein für sie schön zu halten. Ich muss darüber nachdenken. 1000 Denari spenden. Nehmt das und erbaut damit einen Schrein, der einer Göttin von solcher Anmut angemessen ist. 3000 Denari spenden. Ich will, dass dieser Schrein alle anderen Götter und Göttinnen von Ägypten grün vor Neid anlaufen lässt. Go for it. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so großzügig von euch. Wenn wir diese Spende ausgegeben haben, wird der Schrein mit Katzen bedeckt sein. Nein, wartet. Das stimmt so nicht. Man sagt nicht mit Katzen bedecken. Mir fällt noch ein besseres Wort ein. Mit Sicherheit. Hier. Ich weiß, deswegen habt ihr es nicht getan. Aber ich will euch etwas geben. Nice. Sieht doch gut aus. Hey! Alter. Ich werde ihr sagen, dass ihr hier wart und Grüße ausrichten lasst. Die hat eine Tonfrequenz. Das ist ja der Wahnsinn. Ein legendäres Amulett. Widerstand gegen Wuchtschaden. Durchbohrender Schadenswiderstand und Hiebstadenwiderstand. Die Person, die es trägt, bekommt eine Chance von 10% zum Ausweichen. Raya hat euch dieses Amulett als Zeichen ihrer Dankbarkeit für eure Spende am Schrein der Hubaste geschenkt. Bewegung und Widerstand gegen Wuchtschaden und Rüstungsmaximum. Kritische Trefferchance, Rüstung und Widerstand gegen Wuchtschaden. Okay. Da. Hey! Meine Katze hatte letzte Nacht mein Bett erobert. Scheucht sie einfach weg. Das ist nur eine Katze. Kein Löwe. Das habe ich. Dann sprang sie mir ins Gesicht, als ich mich hinlegen wollte. Zweimal. Ja, Freunde. Ah, Velegate. Würden ihr und eure Praetorianer mit meinem Kontubernium fechten? Wir haben jetzt vielleicht... Achso, es wäre mir eine Ehre, ja. Vielleicht haben wir da jetzt ein paar neue Mitbewohner in unserem Lager. Ihr werdet euch damit anfreunden. Habt ihr gehört? Kurz. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, dass wir so ausgerüstet sind. Wir haben ja gar keine Lücken mehr. Ja gut, dann können wir jetzt nur noch auf quasi immer wieder auf darauf warten, dass wir Kommandanten mit sechs Fähigkeiten finden. Das ist das einzige, was wir machen können. So, mein Freund, wo bist du? Haben wir da noch genug? Ja, haben wir. Ja, du bist aber schon stark. Bestia, wir müssen uns jetzt dann gleich um eine Angelegenheit kümmern. Du wirst ein paar Leute rekrutieren in der Zeit. Okay. Weil das werden wahrscheinlich wieder die Praetorianer ausbaden müssen. Immer sechstens. Du kommst auch mit geheimen Neuigkeiten mehr. Ich sag's dir, du könntest mal ein bisschen... Nein, 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 nein. Du könntest mal ein bisschen spannender werden. Irgendwie coole Neuigkeiten. Ich werde Feuer in der Bibliothek legen. Ach so. Ja, ja, das sind wieder die Kasperl, die eine Bibliothek verbrennen wollen. Vollidioten. Das ist vielleicht aber auch ein Hint, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ist bekannt, wer damals die Bibliothek von Alexandria in Brand gesteckt hat? Gibt's da einen Namen dafür? Weil so wie ich's jetzt im Hinterkopf hab, ist das ein ziemliches Mysterium, wer das eigentlich in Brand gesteckt hat. Puh, da kann man viel machen. Da mach ich jetzt erstmal gar nix. Oder? Also ich bin mir relativ sicher, dass man die Person, den Soldaten, oder, oder... Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es ein Kerl war. Dass man die Person nicht kennt. Außer es war natürlich... Naja, nee, das macht aber keinen Sinn. Eine andere Möglichkeit wäre es natürlich, dass es eine, eine Dienerin der Bibliothek oder ein Diener der Bibliothek war, damit eben nicht das ganze Wissen an den Feind gerät. Aber... Ist das realistisch? Realistisch? So, der Steinbruch. Hier wurde scheinbar über Jahrhunderte hinweg Stein für Bauvorhaben gebrochen. Genau, und wir haben eben einen... einen Haupt... eine Hauptperson, die es macht. Ich würde sagen, da wir alle auf dem höchsten Level haben und ich dich gern weiter verstärkt haben möchte, machen wir es so. Na, heute ist er wieder fantastisch. Heute schäbert er die Stauballergie wieder bis zum Anschlag. Gut. Auf jeden Fall einen Prinzeps. Auf jeden Fall einen Gladiator. Sagittarius, Triarius, Prinzeps, Gladiator. Dann noch einen Velis. Ich denke, noch einen zweiten Sagittarius ist nicht schlecht. Ich denke, zwei Bogenschützen zu haben, das ist eine gute Sache. besonders, weil die beide relativ erfahren sind. Das ist... Ja, ich denke... Ich denke, das kann man so machen. Oh, es geht gleich los. Ihr werdet mich nicht aufhalten, Römer. Die Erinnerung an sie stärkt meine Entschlossenheit. Jedes römische Leben, das wir nehmen, ist ein Sandkorn und ich werde ihr zu Ehren einen Palast aus diesem Sand bauen. Tolle Ansprache, mein Freund. Wirklich fantastisch. Gut. Wie viel tötet den Witwer? Sag mal, wie sind wir denn in die Situation reingekommen? Eins, zwei, drei. Alter, fadern sind es viele. Alter, fadern sind es viele. Spinnst du? Ja, da kann ich jetzt nur hoffen, dass wir angreifen dürfen. Was? Was? Die dürfen angreifen? Folgt mir, für den Pharao. Okay, das ist, das ist richtig grob. Kommt, ich weiß, was getan werden muss. Das ist richtig grob, das ist ein richtig dickes Wespennest, Freunde. Wir sollten uns zusammenschließen und aufbrechen. Da ist der Feind. Halten wir ihn gemeinsam auf. Okay, okay, let's go. Also, der Typ ist schon mal heftig im Weg. Du machst echt nicht viel Schaden, Kollege. Hast du so einen Hexfeldangriff über mehrere Entfernungen? Ja, hast du. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Angriff. Überragend. Betäuben. Anziehen. Nee, das bringt uns gerade nichts aus. Manövrieren eigentlich auch nicht. Okay, wir greifen mal direkt an. Das wird euch eine Lehre sein. Wir müssen versuchen, eine Seite komplett zu entblößen. wissen wir müssen. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir müssen eine Seite komplett frei machen jetzt. Na? Okay, wir versuchen uns hierhin durchzuschlagen. Hier rüber. Lass den mal stehen. Der ist betäubt. Lass den mal stehen. Hier oben haben wir noch einen Haufen Nahkämpfer, okay? Den Bogenschützen habe ich übersehen. Okay, die Pili haben wir mitgenommen. Sehr schön. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz sicher. Auch. Und ich bin ganz sicher. Wie geht denn? Okay, do it. Ja, da ist halt wieder ein Risiko da, gell? Du schaffst es, du schaffst es. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Gut, 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 gut. Direkt weitermachen. Ich achte auf diesen Bereich. Keiner von denen hat leider diese Fertigkeit, dass man so oft schießt, wie man möchte. Okay, dann machen wir hier so weiter. So. Okay, wir haben aber gut vorgelegt. Wir haben gut vorgelegt, Freunde. Die Richtung ist prinzipiell frei für uns. Da oben ist noch ein Bogenschütze. Der ist ein bisschen problematisch. Ja. Was? Was? Auf jemanden mit Schild? Glaubt mir, wir sind bestens darauf vorbereitet, sie hier zu bekämpfen. So, jetzt geht's richtig los, Freunde. Jetzt geht's richtig los. Jawohl, die Ersten sind schon mal tot. Ciao. Ja, schau. Ja, moin. Ja, moin. Ja, schau. Ja, schau. Okay, okay. Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Irgendwo Wasser? Ah. Hast du einen Tritt? Jawohl. Schön. Du musst da weg, Junge. Du musst da echt weg. Hier bist du gerade noch tot. Nochmal wichtig. Schön. So, du musst jetzt erstmal ihn heilen. Auf geht's. Er kann nicht heilen. Und der Einzige ist er selbst. Okay, versteck dich hier. Auf geht's. So, du mein Freund. Doch, boah, wirkt entwaffnet. Hier, hieb. Okay. Naja, können wir leider nicht viel anderes machen. Das ist zu wenig. Was ist das? Wirkt Niedermachen auf selbst. Hilft uns gerade auch nix. Ja, 50-50-Chance. Let's go. Können wir hier noch angreifen? Was kannst du denn? Heilung. Gut. Sehr gut, Junge. Stark. Äh, warum duckst du dich nicht? Ein Schritt könnte ja noch gehen. Ja, warum hätt... Ja, sind... Nee, warum hätt es klappen sollen? Ja. Okay, die erste Runde war sehr gut. Die zweite war in Ordnung. Schade, schade. Ich... Oh, die laufen direkt los. Oh mein Gott, wie gut. Was? Oh. Kannst du erst... Kannst du erst... Ihn töten? Der Sieg ist zum Greifen nah. Nur noch einer. Ah, schade. Das hätte er noch schaffen müssen. Oh, wie ärgerlich. Naja, gut. Die sind versteckt alle. Passt. Let's go. Oh, ein Feuerpfeil, okay. So, jetzt kommen die Wachen des Witwers langsam runter. Anscheinend reicht ihm das Verteidigen dort oben. Doch nicht. Ich werde schießen, sobald ich... Lasst euch nicht von Ihnen herauslocken. Okay, der Rest will lieber bleiben. Ihr macht keinen Gelegenheit... Oh, oh. Die hauen ab. Was? Die hauen wirklich ab. Ja, krass. Und er verbunkert sich jetzt da oben. Ja, los, Freunde. Hoch da. Warum kann ich hier nicht hochklettern? Du wirst es nicht schaffen, egal wie weit ich dich schicke. So, nochmal mobilisieren, Freunde. Hat gar nichts geholfen. 20% Schaden. Ich dachte, dass man da nochmal laufen kann. Oh, ich sollte mir das echt besser durchlesen. So, jetzt kommt der Witwer. Okay. Okay. Schön, Gift. Und noch Feuer. Ja, und, äh, ja, tötet ihn doch jetzt. Lauf mal weg. Töten wir den jetzt oder machen wir den nur Handlung? Ich check's, äh, ich check's grad nicht ganz. Aber wir sollen ihn töten. Und ich glaube, es kommt auch keine Hilfe. It's over. Nice. Nice. Und nur zwei Wassereimer. Wasserbottiche verwendet. Schön. Schöner Kampf, Freunde. Oh, das ist ein großes Gebiet. Da müssen wir genau hingucken, wenn wir das plündern. Weil das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, Freunde. Ein richtig schönes, großes Gebiet. Und da gibt's auch einiges zu erobern. Wahrscheinlich können wir auch noch die ein oder andere Erweiterung machen, bevor wir den Akt abschließen. Wollt ihr aber nicht kommen? Also, da sind unsere Pferde. Aber auch schon wieder eine geile Map mit dem Steinbruch, gell? So, da ist schon mal die erste Truhe. Ein Kompositbogen, okay. Ich geh jetzt erstmal diesen kleinen Nebenpfad. Der sieht mir sehr verdächtig nach Schätzen aus. Besonders hier hinten, ne? Weil man dort in den Selten... Man kämpft sich nie so weit hinter. Oh ja. Oh, das ist wertvoll, Freunde. Das ist sehr wertvoll. Einmal Anleitung für ägyptische Schwerträger Stufe 2 und einmal kritischen Schaden erhöhen Stufe 2. Und noch den Bogen. Sehr schön. Okay. Keine Sorge. Ich hol mir gleich die Leichen. Daran denke ich noch. Ich will den oberen Bereich hier jetzt mal kurz erkunden. Ja, ja. Sehr, 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 sehr unübersichtlich. Da kann natürlich sich viel verstecken. Da kann sich sehr, sehr viel verstecken in so einem Steinbruch. Das ist ein bisschen schade, dass die Map da einfach aufhört. Das ist so eine... Ah, ja. Da stehe ich immer gar nicht drauf auf diese... Man könnte da auch einfach... Warum haben sie den Steinbruch hier nicht vergrößert? Wisst ihr? Dann wäre es ganz natürlich, dass man da nicht hingehen kann. Aber so ist da einfach ein schwarzes Gebiet, wo man nicht hin kann. So, hier. Dafür, dass er der Anführer von diesen ganzen Diven ist, ist jetzt seine Ausbeute auch nicht so groß. Hier ist noch eine Kiste. Damit hätten wir schon mal die Durchschnittszahl von 3 auf jeden Fall erreicht. So, dann gehen wir jetzt runter und schauen uns das Schlachtfeld an. Wisst ihr was? Solange wir noch so eine schöne Übersicht haben über die ganze Situation, können wir auch das jetzt schnell kontrollieren. Wo sind unsere Sagittarii? Einmal hier. Ist zu schwach. Aber der ist ein bisschen besser. Was ist mit den Helmen? Zwei mittelschwere Helme, die deutlich besser sind. Ganz deutlich. Triarius, du bist doch genau. Schau her, kannst du super... Das schadet das Scheißerus. Oh! Hä? Du trägst aus irgendeinem Grund stark. Okay. Passt. So, aber jetzt wird ein Haufen Zeug dazukommen. Und jetzt werden wir so ein bisschen vermutlich die Übersicht verlieren. Außer es sind größtenteils Nahrungsmittel und Denarii, wogegen ich auch nichts habe. Tagesration. Okay. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Nochmal ägyptische Bogenschützen Teil 2. Einmal ägyptische Lanzenträger Teil 2. Und einmal noch ein Amulett. Ein Medaillon des Ra. Sehr schön. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich viel Content habe, das ich mit dem alten Rom, also das Referenzen zum alten Rom hat. Komisch eigentlich. Das passiert total... Also gar nicht so bewusst, weil... Ich meine, die Siedler sind im Prinzip auch immer mit Römern und eigentlich bin ich ja doch eher den Wikingern zugeneigt. Das hat sich wohl einfach so vergeben. So. Tatsächlich war die Ausbeute sehr, sehr gut, weil auf Waffen und so bin ich gar nicht so aus. Ich mag lieber Tagesrationen, ein bisschen Medizin. Ich denke, wir sind hier soweit fertig. Schön. Schöne, schöne Quest. Schöne Questen. Schöner Kampf. Auch mit vielen Gegnern. Ich, ich lieb's ja, Freunde. Ich lieb's ja, wenn ich von der Julia Kalida oder generell von unseren Bogenschützen diese Fertigkeit nutzen kann, wo die anvisieren und dann one-hitten die die weg, weil die halt irgendwie 19 Schaden oder so machen. Das feiere ich sehr scheiße. Ah, nee, geht. Ich dachte, ich bin übers Kabel schon wieder gefahren und langsam, langsam ist es abgenutzt. So. Schön. Schönes Stündchen, das wir jetzt hier haben. Ich würde sagen, wir machen gleich mal ein bisschen weiter. So, Sektor ist erobert. Dann. Hier haben wir eine Eisenmine. Okay. Okay, Freunde. Das erste, was ihr macht, ist die Eisenmine zu erobern, okay? Anscheinend gibt's hier nichts, wo wir noch mit unseren Praetorianern hin können. Äh, stopp. Freunde, solange das hier frei ist, geht mir mal bitte da hin, okay? Wo ist die Legua Frohum gerade unterwegs? Hier. Oh ja, jetzt sieht's wieder richtig gut aus mit unseren Vorräten. Ein tödlicher Stich. Es ist ein Tag wie jeder andere. Die Straße zieht sich scheinbar endlos dahin. Und auch die Wüste erstreckt sich. Bis zum Horizont. Als ihr auf einer kleinen Felsformation rastet, springt Osorius Libor auf einmal mit einem überraschenden Schrei auf und fuchtel wild herum. Eine leichte Verletzung am Bein. Es ist wieder der Skorpion und es ist nur eine leichte Verletzung. Mein Gott, und da steht tödlicher Flur, äh, tödlicher. Okay, wir müssen hier wieder runter, Freunde. Befriedung, römische Festung. Aber wir haben völlig ohne Kampf tatsächlich das Gebiet soweit bekommen. Würde ich sagen, machen wir uns gleich mal auf den Weg. Legua Frohum. Marschiert mal hier runter. Ich glaube, hier seid ihr gut aufgehoben. Und als ich? Das ist nur eine Lechzeit. Vielen Dank.